In welcher Realität würdest du lieber leben? In einer Realität, wo du dir selber und anderen misstrauisch begegnest, dich ständig vergleichst, ständig be- und verurteilst oder in einer Realität, wo sich Frauen gegenseitig unterstützen, inspirieren, reiten, feiern, wo du 24-7 Zugang zu deiner inneren Weisheit hast und wo du getragen wirst von einer globalen, sinnlichen Revolution. Ich bin Coco von der Pussy Gang. Die Pussy Gang ist meine persönliche Live-Call-Community und ich coache Frauen to a pussy themselves. Also ich bin hier in meiner Mission als Deutschlands erste zertifizierte Lehrerin für die Desilets-Methode. Bei der Desilets-Methode geht es um eine Taoismus-basierte Weltsicht mit alltagstauglichen Praktiken, die in die heutige Zeit modifiziert wurden und wissenschaftlich unterlegt sind. Ein Teil der Desilets-Methode beinhaltet das sogenannte Jade oder Joni-Ei. Vielleicht hast du da schon mal was von gehört. Außerdem unterrichte ich nur Dinge, die ich selbst verkörpere. So, ich bin der Meinung, da draußen gibt es viel zu wenig Informationen darüber, wie wir die Plastizität unseres Hirns, also die Formbarkeit unseres Hirns, uns zunutze machen können. Deine Körperin ist designt für Pleasure, also für Lust, für Selbstheilung, für Resilienz. All das und noch viel, viel mehr ist in deiner Körperin angelegt, anatomisch. So, komm zu uns, wir haben die Kekse and I show you how to fly. Ladies, let's change the story and let's smile with all the lips we have. See you inside the gang. ... ... ...